In dem heutigen Video und Podcast gehe ich der Frage auf den Grund, was ist denn so anders oder so besonders an einer Dualseelenbegegnung? Was ist anders wie bei anderen Beziehungen, anderen Partnern, die du in deinem Leben getroffen hast oder anderen Menschen, die mit dir in einer besonderen Art und Weise auf einer Energie-Liebesebene sich verbunden gefühlt haben und du dich mit ihm oder ihr verbunden gefühlt hast? Was ist nun anders an dieser ganz wunderbaren, einzigartigen Begegnung und Beziehung? Was macht sie so besonders, so anstrengend und so bereichern, aber auch so herausfordernd? Und wo ist das Ziel, wo soll es hinführen? Was ist denn der Sinn dahinter? Und warum fühlt es sich denn so schwer und so belastend an, gerade am Anfang des Weges? Bleib dran, wenn du wissen willst, was meine Erfahrungswerte darüber sagen können über die acht Jahre, die ich persönlich diesen Weg gegangen bin und weiterhin auch gehe mit meinem Seelenpartner, Dualseele und was ich aus all diesen Beratungserfahrungen bis heute, bis zum heutigen Tage mitnehmen konnte. Ich wünsche dir Gutes Erkennen und alles Liebe und wir hören uns gleich im Video, im Podcast. Bis gleich, deine Helga. Herzlich Willkommen zu diesem Video und Podcast. Ich weiß jetzt schon, dass dieses Video die Gemüter erhitzen wird und die einen werden sagen, ja genau, das ist vollkommen richtig und die anderen sagen, nee, völliger Humbug. Das ist aber auch vollkommen erklärbar, auch wissenschaftlich erklärbar, warum das so sein wird. Denn unser bewusster Verstand lernt. Unser bewusster Verstand lernt ständig dazu. Wir lernen sozusagen, bis wir diese Welt wieder verlassen, über Erfahrungen, die wir machen. Und unser Gehirn kann erst dann auf etwas zurückgreifen als Erfahrung, wenn es in dieser, in einer Region im Gedächtnis quasi abgespeichert ist als eine Erfahrung. Und aufgrund von dieser Erfahrung kann dann unser Denker, in einer neuen, sich wiederholenden Erfahrung, eine Referenz setzen und sagt, aha, das war damals so und es ist so. Nun ist es schöner, schlechter, besser oder gleich gut oder wie auch immer. Das heißt, erst dann, wenn du auf einem gewissen Bewusstseinslevel angekommen bist, wie ein Kind, das sich entwickelt. Ein Baby hat ein anderes Bewusstsein wie ein Kleinkind. Und ein Kind, das bereits in der ersten bis vierten Klasse in der Schule ist, hat natürlich wieder ein erweitertes Bewusstsein wie ein Kind, das gerade mal in der Vorschule, im Kindergarten sich befindet. Dann geht es weiter. Du entwickelst dich stetig weiter. Und je älter du wirst, umso mehr Erfahrungen du in deinem Leben sammeln kannst, über dein Erleben, umso größer wird das, was dein Gehirn zur Verfügung hat, also dein bewusstes Sein zur Verfügung hat, um zu vergleichen. Und darum ist es auch so, was ich ja erlebt habe, was du mir vielleicht auch bestätigen wirst, dass es in gewissen Situationen Möglichkeiten gibt, die du noch gar nicht erkennen kannst, während du drei Tage später plötzlich dieses durchschauen kannst, was drei Tage vorher noch nicht für dich sichtbar war. Ein praktisches Beispiel, oder? Das ist ja ein plakatives Beispiel bei mir, als ich in der Scheidungsphase war. Ich bin jeden Tag gelaufen, meine Walking-Runde gemacht, aber immer unterschiedliche Routen. Und als ich wusste, ich siehe aus dieser Gegend weg, habe ich mir bewusst vorgenommen, also ich habe mein Bewusstsein geschärft, habe mir bewusst vorgenommen, ich gehe jetzt ganz bewusst alle Wege nochmal ab, um mich sozusagen aus dieser Gegend bewusst zu verabschieden. Was ich vor der Zeit dieser Entscheidung unbewusst gemacht habe, ich bin einfach gegangen, um zu gehen, um zu trainieren, um mich auszupowern und mir Spaß zu gönnen und so weiter, habe ich dann in den letzten drei, vier Wochen vor dem Umzug im März 2013 bewusst gemacht. Und dabei ist mir Folgendes aufgefallen, und das fand ich sehr frappierend damals schon, weil ich war sehr, sehr erstaunt, dass ich gewisse Gegenstände, die auf dieser, wie nennen sie mal, Strommasten, Häuser, andere Bauten, die da standen, nicht bewusst wahrgenommen habe, als ich einfach nur meine Runde ging, um zu gehen. Als ich es bewusst gemacht habe, fiel mir auf, oh, da ist ja ein Strommast, ach, der muss aber neu sein, oder da ist ja eine Windkraftanlage, die muss aber jetzt neu sein, oder da ist ja ein Schuppen, das habe ich noch nie gesehen. Bei näheren Betrachten allerdings konnte dieser Strommast, dieses Windkraftrad und dieser Schuppen nicht erst vor zwei Tagen aufgebaut worden sein, weil überall schon Moos dran war, Verwitterungsspuren, die müssten schon wirklich Jahre, Jahrzehnte lang an diesem Ort gestanden haben. Ich allerdings habe es erst wirklich wahrnehmen können, als ich in die Bewusstheit ging und es bewusst wahrnehmen konnte, über die Entscheidung, ich will es bewusst diesen Weg gehen. Das heißt, unser Bewusstsein nimmt nur einen ganz geringen Teil wahr, das meiste wird im Unterbewussten abgespeichert und da ist es nicht bewusst zugreifbar für dich als Mensch, wenn du nicht trainiert bist. Und aus dem Grund ist es eben so, dass dieses Video, das ich heute mit dem Wissen von heute mache, nachdem ich über acht Jahre auf diesem Dualziel-Entwicklungslernweg gegangen bin oder weiter hingehe, auch seitdem fast von Anbeginn an auch Beratungen in diesem Bereich mache. Am Anfang vereinzelt, dann nach einem Jahr wurde es stärker und nach zwei Jahren war ich da in dieser Arbeit involviert, Menschen zu beraten, die auch so eine verrückte Erfahrung gerade machen, wie ich es am Anfang nannte, von einer ganz ungewöhnlichen Begegnung, einem Menschen, der dir absolut vertraut vorkommt, mit dem du eine totale telepathische Verbindung hast, eine ganz magische Anziehung, der du dich auf keinen Fall entziehen kannst und mit dem du dich aufs Innigste verbunden fühlst, ohne zu wissen, warum das so ist. Es ist eben einfach so, wie es ist. Und viele Lehrer und weiße Lehrer, also wirkliche Gelehrte, würde ich sagen, sagen ja genau das immer wieder. Es ist das, was ist und es ist der Moment jetzt. Immer ist der Moment jetzt. Und im jetzigen Moment hörst du dieses Video und in einem damaligen jetzigen Moment ist dieses Erkennen geschehen, dass du in diesem Menschen eine Art Seelenverwandten entdecken konntest, über eine Fügung aus dem Nichts heraus. Jetzt plötzlich ist das Bewusstsein bereit zu erkennen, dass dieser Mensch mit dir in nichts verbunden ist. Auch das kann ich irgendwie für mich wieder erklären, denn ich kannte meine Dualseele ja bereits zwei weitere Jahre vorher. Bevor diese Bewussten verknüpft werden, dass wir das sind, dieses Paar, hatte ich ihn immer wieder gesehen. Da war Freundschaft da, da war eine gewisse Verbindung da. Allerdings war nicht diese Connection da, dass er diese Seele ist, mit dem ich diese innige Verbindung habe. Das wurde erst zwei Jahre später einfach so aus dem Nichts herausgefügt. Als es Zeit war, den nächsten Schritt zu gehen in dieser Entwicklung, in dieser Lernerfahrung. Und genau das berichten mir auch ganz viele, die bei mir anrufen, dass sie auch das erlebt haben, dass sie diesen Menschen schon irgendwie in der Ahnung hatten oder mal gesehen haben, aber dass es zu einem gewissen Zeitpunkt dann plötzlich aus dem Nichts herausgefügt wurde. Und dann nahm das Lernfeld und auch, ich nenne es mal das Drama-Lernfeld, seinen Anlauf. Denn diese Begegnung ist nicht einfach nur so eine schöne Begegnung, die dir nur Gutes am ersten Moment, ja, aber später nicht nur Gutes widerspiegelt, sondern es ist eine sehr harte Lernaufgabe, die du dir als Mensch und als Seele in diesem Leben einfach gestellt hast. Und damit ist auch erklärbar, warum nicht jeder Mensch in jedem Leben seiner Dualseele oder diesem ganz innigen Seelenpartner begegnet, um gemeinsam miteinander und aneinander zu wachsen und sich weiterzuentwickeln in jeder Ebene. Komme ich jetzt zurück zu dieser eingangs gestellten Frage und Aussage, was macht denn nun diese Begegnung diesen Menschen so besonders für dich? Es ist die starke Verbindung, die telepathische Verknüpfung, die sie sich absolut angekommen fühlen bei diesen Menschen, diese große Liebe, die einfach aus dem Nichts heraus da ist, die euch beide umhüllt, diesen Gleichklang, den ihr spürt, wenn ihr zusammen seid, dieses das gleiche Denken fühlen, diese große Übereinstimmung eurer beider Seelen, die in dem Moment, wenn ihr euch begegnet und euch erkennt, einen Wunsch erfüllt, einen ganz großen Wunsch in jedem von euch beiden erfüllt, endlich anzukommen in der Liebe, endlich anzukommen bei diesem Menschen, bei dem du dich hundertprozentig wohlfühlst und selbst du selbst sein kannst, so wie du bist, ohne dich verstellen zu müssen und anders sein zu müssen, um Liebe zu bekommen. Das ist das erste Indiz, das dir auffällt, ist der erste Auflackern von diesem, ja, jetzt bin ich da, wo ich mein ganzes Leben mich hingesehnt habe. Und damit wird diese Verbindung fest zementiert in beiden Dualseelen, oder nennen wir es mal Seelenpartner, weil Dualseele ist für meinen Begriff ein von Menschen entstandener Begriff, damit diese spezielle Verbindung, für die der Verstand immer Worte benötigt, dass die eine Bezeichnung bekommt und eine Begrifflichkeit, an der man es dann wieder benennen kann. Der Verstand muss ja alles immer benennen und er braucht Begriffe. Die Seele an sich, das Gefühl, bräuchte keine Benennung, das Denken der Denker schon. Das zweite Außergewöhnliche, was dann relativ schnell passiert in dieser Begegnung ist, dass es aus dieser wunderbaren Honeymoon-Phase, die bei allen sehr unterschiedlich lang sein kann, Tage, manchmal sind es Momente, Sekunden, Tage, Wochen, Monate, wie bei uns sind es Monate gewesen, ein halbes Jahr etwa, bis dann dieser Honeymoon abrupt durch ein schlimmes, heftiges Erbeben, Erzittern, Erleben beendet wird. Und dann fällst du aus diesem über alles geliebten Status des Angekommenseins beim anderen abrupt raus und fällst wieder hart auf den Boden der Tatsachen und der Realität. Und das ist das wohl wieder auch nicht gewesen ist und du wieder mal, zum x-ten Mal, dich nicht geliebt fühlst, enttäuscht fühlst, verlassen fühlst, einsam fühlst, verletzt fühlst und so weiter. Die Liste kann ich noch lange fortsetzen, aber dann wird das Video ewig langer, so lasse ich es mal bleiben. Es ist immer eine individuelle Geschichte, die dann losläuft, sobald der erste Rückzug, das erste Einknicken dieser Verbindung von viel Sehen, von viel Telefonieren, von verbunden sich fühlen auf null oder gar nicht mehr oder kaum noch oder nur noch ab und zu reduziert wird. Und dann erst beginnt die eigentliche Lernaufgabe. Das andere davor, bevor es schwierig wird, bevor die Rückzug kommen, ist einfach nur Vorspiel. Nicht mehr und nicht weniger. Erst dann, wenn es schwer wird, beginnt es, dass die Lernaufgabe für dich und deinen Seelenpartner, deine Seelenpartnerin anfängt. Allerdings wird das so nicht erkannt. Es wird nicht erkannt, dass es nicht um den Anderen geht. Es wird nicht erkannt in dem Moment, dass es nicht darum geht, gleich in eine Beziehung zu kommen. Es wird nicht erkannt, dass das, was gerade losläuft, nur mit dir persönlich ganz alleine zu tun hat und nicht mit dem Anderen. Es wird nicht erkannt, dass der Andere lediglich dein Spiegel ist, der dir ganz knallhart deine eigenen Schmerzen, Ängste und Traumata zurückspiegelt und es wird nicht erkannt, dass es um den Anderen nur bedingt geht und um dich zu 100% geht. Erst wenn das nach und nach ins Bewusstsein von dir hineinsickert, wie Wasser, das sich durch den Boden bewegt und irgendwann auf einen Punkt trifft und eine Stelle in deinem Gehirn aktiviert, die da heißt, ja, ich habe da echt ein Thema gerade und ich denke, das ist meines. Ja, ich fühle, das ist meines. Es ist nicht er oder sie, es ist mein ewiges Drama von nicht geliebt, mich fühlen, verlassen fühlen, allein und so weiter und so weiter. Im Grunde spiegelt die Dualseele besser als jeder andere Mensch bisher in deinem Leben die Rolle, die ständig durch das, was er tut oder sie tut oder nicht tut, macht oder nicht macht, dir deinen eigenen Schmerz ganz plakativ vor Augen zu führen. Guck mal da hin, da tut es weh und das kennst du schon aus der Vergangenheit, nämlich aus deiner Kindheit. Wenn ich es mal ganz grob beschreiben möchte, wie meine Erkenntnis derzeit ist, ist es die, dass deine Dualseele oder dieser Mensch, den du als Dualseele jetzt bezeichnest, momentan diese Seele ist, dieser Mensch ist, der dafür da ist, damit du erwachst, damit du aufwachst und erkennst, was du bislang mit dir hast machen lassen über eine unterbewusste Programmierung, Gedankengut, Strukturen, auf denen du quasi läufst, Empfindungen, Gefühle, Verletzungen und so weiter. Im Grunde ist es nicht mehr und auch nicht weniger. Es ist genau das, um was es geht. Dieser Mensch ist da und du bist für ihn da, damit ihr euch gegenseitig auf den bunten Punkt, den Finger legt und euch gegenseitig damit die Chance gebt, aufzuwachen und vor allem in das Erkennen geht, dass es ja nicht so bleiben muss, dass es dir wehtut, wenn du es nicht gesehen wirst, wenn er dich wieder mal versetzt oder sich nicht meldet oder sie sich zurückzieht und lieber woanders drin bleibt in einem anderen Beziehungsschema, was momentan zwar nicht schön ist, aber sicher. Der Mensch verlässt ja vieles nicht. Ich eingenommen, ich kenne das ja gut, meine Ehe hätte ich nicht verlassen. Es war sicherer Hafen, es war genügend Platz da, ich konnte mich ausbreiten, ich konnte machen, was ich wollte. Ich hatte genügend Einkommen, wir hatten gutes Geld zur Verfügung, eine große Wohnzimmer, also ein großes Haus, großer Garten. Ich hatte meine Tiere, ich hatte mein Leben. Es war nicht unbedingt schön, ich war nicht glücklich, glücklich, allerdings war es sicher, sehr sicher. Bis zu dem Zeitpunkt, als mein Mann heimkam und sagte, Helga, ich habe mich von dir getrennt. Und das war 2011 im April. Und dann ist dieses sichere Gebäude in sich zusammengefallen. In diesen Worten, ich habe mich von dir getrennt, ist das gesamte sichere Gebäude, was ich aufgebaut hatte, rein gedanklich, festhaltend, in sich zusammengeknallt. Und ich lag dann vor den Trümmern dieses Gebäudes, was ich gebaut hatte, und war vollkommen fassungslos. Die Welt hatte sich innerhalb von fünf Worten, ich habe mich von dir getrennt, wurde meine Welt zerstört. Ich selbst hätte sie nicht verlassen, weil es war sicher. Und genau so ist das, was wir oft leben im Leben, auch du, du hältst an der Sicherheit fest. Genauso auch deine Dualseele, dein Seelenpartner, deine Seelenpartnerin, sie wird an der Sicherheit festhalten, an dem, was vermeintlich sicher ist. Allerdings ist es nicht wirklich sicher. Es ist nur eine vermeintliche Sicherheit, die dein Verstand, dein Denker, dir suggeriert. Wenn du es hinterfragen würdest, dir die Zeit nehmen würdest, zu hinterfragen, ob das sicher ist, würdest du erkennen, nein, ist es nicht. Also, dieser Mensch, diese Seele, nennen wir es einfach Dualseele, weil es ein bekannter Begriff ist, ist dafür angetreten, dich zu befreien und gleichzeitig parallel damit sich selbst zu befreien. Und genau das ist die Aufgabe von diesen Begegnungen, dass du aufwachst und dass er oder sie ebenfalls aufwacht, weil wir gehen in eine neue Epoche. Wir verlassen das Fische-Zeitalter und das Wassermann-Zeitalter, hält Einzug. Es ist eine Übergangsfrist, die ja über mehrere Jahre geht, ist nicht ein abrupter, jetzt sind wir drin. Die überschneiden sich natürlich ein wenig, diese beiden Epochen. Und das Fische-Zeitalter war ja geprägt im Hang zu Mystik, aber auch zur Trennung von Geist und Materie. Wurde auch dann stark geprägt von diesen großen Religionsgemeinschaften, die dann eben entstanden in dieser Zeit und als Gegenbewegung entstand in der Moderne, dann dieser moderne Materialismus, der sozusagen auch in esoterisch-spirituellen Kreisen als eine Art Krise beziehungsweise als eine Art Symptom einer Krise wahrgenommen wird, dieses starke Festhalten am Materiellen, an dem, dass wir die materielle Sache, also das Haus, die Wohnung, das Geld und so weiter, die Umgebung, die Menschen, mit denen du dich umgibst, Sicherheit bieten könnten, was natürlich nur eine reine Illusion des Verstandes ist. Und nun wandelt sich die Zeit, es wird sozusagen mehr von dem, ich lasse über mich entscheiden oder ich lasse alles mal so am Festhalten, damit ich Sicherheit habe, geht es immer mehr in die freie, innere, selbstbestimmte und unabhängige Entwicklung, also die Selbsterkenntnis, das ehrliche sich erkennen, was wirklich läuft, die Eigenverantwortung zu entwickeln, nicht mehr irgendjemandem zu folgen, der dann sagt, ja, so machen wir das jetzt nun mal, sondern es geht um die freie Entscheidung und das Fliesenmeer im Jespelwasser fließt ja dahin, wo es hinfließt. Es ist ja nicht so, dass das irgendwie ein festes Medium ist, zwar schon immer draufklatscht, ich sage mal, wenn du einen Bauchplatscher machst vom dritten Drei-Meter-Turm und dann merkst du, dass das Wasser schon ziemlich hart ist, aber letztendlich ist es doch weicher wie die Erde, wenn du also von drei Meter auf den Erdboot knallst, ist es anders, als wenn du von drei Meter, zwar mit dem Bauch direkt, aber immerhin in das Wasser fällst, das gibt nach, das bewegt sich, das Element ist fließender, beweglicher und genau das ist das, um was es jetzt genau geht, mehr ins Fließen zu kommen, nicht mehr im Festhalten, nicht mehr im Sicherheit finden, im Außen an etwas, was du glaubst zu brauchen, damit es dir gut geht, sondern um das im Jetzt sein und aus dem Jetzt heraus das zu generieren, was dir gerade gut tut und was du jetzt gerade in dem Moment für dich als gut und sinnvoll erachtest. Es geht also mehr als jemals zuvor um das Fließen in dem, was gerade ist, Ankommen in dem Moment, der gerade ist und damit in Frieden und Liebe sein mit dem, was gerade ist. Und das bedeutet wiederum, dass das, was du gerade erlebst, genau das dir aufzeigt, halte nicht mehr fest, halte nicht mehr daran fest, dass du mit diesen Menschen unbedingt in eine Beziehung kommen musst. Ansonsten ist dein Leben gefühlt zu Ende. Ansonsten bist du tot. Habe ich schon in meinen Beratungen gehört, du bist die Letzte, die mir noch helfen kann. Liebe Helga, ansonsten bin ich tot. Ich halte das nicht mehr aus. Zum Glück, kann ich nur sagen, war dann das Erkennen beim Gegenüber, bei meiner Anruferin und beim Anrufer so groß zu erkennen, dass es keinen Sinn macht, sich deswegen nun das Leben zu nehmen, sondern es geht genau um das Gegenteil. Es geht darum, ins Leben einzutauchen. Es geht darum, dass du immer mehr du selbst lebst, dass du immer mehr du selbst bist, dass du im Jetzt bist, dass du erkennst, wer du wahrhaftig bist, dass du die Potenziale lebst, deine Transformation dahingehend forcierst, dass du mehr deine Talente entwickelst und das, was du wahrhaftig bist, nicht das, was du denkst zu sein oder um zu, ich muss so sein, um Liebe zu bekommen, um Anerkennung zu bekommen, um Wertschätzung zu bekommen. Das fällt weg. Es reduziert sich irgendwann auf Null, Nulllinie. Und da stirbt tatsächlich etwas. Im Grunde ist es schon mit einem Sterbeprozess verbunden, nämlich dem Sterbeprozess anders sein zu müssen, als du wahrhaftig bist. Und ich bekomme ja immer wieder mal auch Kommentare, die in die Richtung gehen, dass es heißt, ja, was ich so alles erzähle, ist, ich bin perfekt, wie ich bin, ich muss mich doch nicht ändern. Ja, stimmt, auf der untersten Ebene, stimmt das, du bist auf der untersten Ebene, als Baby warst du perfekt, so wie du bist. Perfekter ging es nicht, einzigartiges Wesen, einmalig, wunderschön und sehr liebenswert, liebevoll, du warst voller Liebe. Aber dann geschah etwas, das dein Bewusstsein heute als Erziehung und Programmierung beschreiben würde. du wurdest sozusagen wie eine neue, leere, nicht beschriebene Festplatte beschrieben mit so ist es gut, so ist es schlecht, das ist gut, das ist nicht gut, das darf ich, das darf ich nicht, so bin ich gut und so bin ich nicht gut und wenn ich so bin, bekomme ich das und wenn ich so bin, bekomme ich das nicht. Und da der Mensch alles tut, um Liebe, Wertschätzung, Anerkennung zu bekommen, hast du als kleines Baby und Kind entschieden, gut, wenn ich so wie ich bin, nicht gut bin und ich genügend Liebe bekomme, dann ändere ich doch einfach mein Wesen in der Form, dass ich das mache, damit ich genügend Liebe und Wertschätzung erhalte. Und das ist genau die Hauptaufgabe, wo diese Begegnung und diese Beziehung, die du jetzt gerade erlebst mit diesem wunderbaren Menschen ansetzt, dass sie dir ganz klar aufzeigt, dass du aus diesem alten Feld jetzt auszusteigen hast, dich neu zu finden hast, im Grunde eigentlich wieder zu finden hast, so wie du im Grunde gemeint bist, als Mensch, als Seele, als Wesen, das hierher auf die Erde gekommen ist, um mit bei diesem Bewusstseinswandel, der gerade ansteht, mit dabei zu sein, mitzuwirken und diese Welt in die nächste Epoche des Zeitalters mit hineinzuführen und zu begleiten. Das ist die Aufgabe und aus dem Grund ist derzeit so viel zu erkennen, dass momentan so viele Menschen einem Menschen begegnen, von dem sie dann glauben und ich sage jetzt bewusst Glaube, weil der Glaube ist das, was deine Welt zementiert. Es geschieht nach deinem Denken und Glauben, steht schon in einem gewissen Buch festgeschrieben und es werde Licht, steht auch drin geschrieben und Licht erleuchtet das Dunkel. Ich sage in meinen Videos oft, schau hin, lass Licht ins Dunkel kommen und erkenne, was wirklich läuft und genau das ist das, was dieses Jahr schon ganz immens läuft, Licht kommt herunter auf die Erde, es wird lichter, es wird leichter nicht, aber es wird lichter, man erkennt den Unrat besser, man erkennt den Mist besser, man erkennt das, was bisher auch immer schon da war, jetzt besser, weil das Licht da ist und genau das ist die Aufgabe von dieser Begegnung, die wir jetzt Dualseelen nennen. Wir hätten sie auch anders bezeichnen können, wir hätten das Wort nicht gebraucht, aber der Verstand, wie gesagt, der Verstand braucht eine Bezeichnung, der Denker muss es benennen können, ansonsten geht es nicht. Wir haben eben diesen bewussten Verstand, der nur einen ganz geringen Teil wahrnimmt, wir haben das Unterbewusste, das uns gewissermaßen total lenkt, die Programmierung, das innere Setting, dieses Erleben, die Erfahrung und so weiter und dann haben wir noch einen Willen und einen Denker, den wir, wenn wir erkennen, was der Denker mit uns macht, wir ihn sozusagen dazu nutzen können, um aufzuwachen, um weiterzugehen und um uns selbst aus dem Schlammloch selber rauszuziehen und aufzuwachen. Das ist die Aufgabe von Dualseel und dafür ist es perfekt und grandios, dass du momentan auch in dieser Erfahrung bist, um dich zu befreien und damit im Grunde ein Leuchtfeuer zu werden für viele andere Menschen, weil Motten fliegen ans Licht, sie fliegen nicht in die Dunkelheit. Das heißt, wenn du dieses Leuchtfeuer wirst und strahlst, die Liebe rausstrahlst, wirst du ein Magnet für andere sein, die ebenfalls dorthin wollen, die ebenfalls in die Liebe wollen, die ebenfalls sich befreien wollen, die ebenfalls ankommen wollen bei sich selbst, im Jetzt und in der bedingungslosen, absoluten Liebe, im Jetzt-Moment. Und das ist die Aufgabe von Dualseele. Es ist nicht die Aufgabe von Dualseelen in einer gelebten, normalen, wie es bislang war, gelebten Beziehung zusammenzukommen. Das wäre viel zu klein. Dieses Bild ist viel zu gering angesetzt. Dualseelen sind auch nicht unbedingt dazu angetreten, dass sie sich von ihren jetzigen Partnern schnell lösen oder überhaupt aus dieser jetzigen Beziehungsgeschichte quasi aussteigen und sich trennen. Es kann passieren, es kann sein, dass sie das tun. Es ist keine Mussoption. Sie müssen sich nicht aus der Beziehung trennen. Du selbst kannst dich auch dann für dich selbst befreien, wenn deine Dualseele in ihrer Beziehung bleibt und es auch lange Zeit bleibt und nicht weiter geht, weil es ja gar nicht um den Anderen geht. Und genau da ist das, wenn ich diese Aussage mache und auch genau das wird sein, warum das Video mit Sicherheit sehr viele Triggerpunkte setzen wird, weil ich sage nämlich, es geht nie um den Anderen. Es geht immer um dich. und wenn du bei dir ankommst in der Liebe, dann ist es ganz und gar gleichwertig, ob deine Dualseele in einer Beziehung ist, ob er oder sie dich regelmäßig anruft oder nicht, ob er oder sie regelmäßig dich sieht, dich unterstützt, ob er da ist in deinem Feld oder ob er nur energetisch, telepathisch da ist. Es ist wirklich nicht mehr relevant. Es wird unwichtig. Es ist, wie es ist und du bist damit im Frieden. Und damit habe ich auch jetzt schon aufgezeigt, was das Ausbildungsziel von dieser harten, ich gebe es zu, sehr, sehr harten und anspruchsvollen Ausbildungsreihe ist, die du gerade durchläufst. Wann ist denn diese Dualseelenbegegnung als erfolgreich absolviert zu kategorisieren? Bekomme ich oft die Frage, wie lange geht es denn noch, Helga? Wann ist es denn endlich gut? Wann bin ich denn angekommen? Das kann ich dir sehr genau sagen. Wenn du absolut in dir ruhst, wenn du Liebe in dir spürst und alles, was deine Seelengefährtin, dein Seelengefährte macht, mit dir in einer guten Resonanz, ist nicht mehr in einem, oh, nee, das tut weh, das will ich nicht, das muss ich ändern. Wenn du mit dem, was ist, absolut in der Liebe bist, im Frieden bist, im Annehmen bist, dann ist dieses Ausbildungsziel erfüllt und du hast dieses Studium abgeschlossen. Und bis dahin bist du noch in der Ausbildung. Und nun höre ich schon ein paar wieder aufrufen, ja, aber Helga, ich bin doch ein Mensch mit Körper und will auch die Umarmung, ich will wieder lieben, ich will wieder geliebt werden, auch körperlich, ich will umarmt werden, ich will geküsst werden und so weiter und so weiter. Ja, natürlich, das verstehe ich alles wunderbar, allerdings, dieser Mensch, der dich umarmt, küsst, mit dem du Sexualität lebst, das muss nicht deine Dualseele sein. Das kann dann ein Mensch sein, ein Mann sein, eine Frau sein, der urplötzlich, genauso wie deine Dualseele urplötzlich in deinem Feld aufgetaucht ist, kann auch dieser andere Mensch erscheinen und es wird gefügt und alles ist gut. Allerdings muss es das nicht. Es kann. Es kann auch sein, dass irgendwann deine Dualseele vor der Tür steht und sagt, ja, nun bin ich da, jetzt hab ich's geschafft, jetzt können wir gemeinsam den Weg weitergehen. Es kann sein, es muss nicht. Und genau das wird dieses Video zu einem großen Triggerfaktor machen, das weiß ich sehr wohl. Allerdings, die Wahrheit ist sehr oft unangenehm. Ich weiß, dass ich in dem Feld, in dem ich arbeite, sehr oft ein großer Triggerpunkt bin. die Videos, die ich zurzeit mache, sind sehr starke Finger in die Wunde lege Videos. Ich weiß. Allerdings kann ich nicht so soft gespülte Videos machen mehr, wie, ja, was bringt dich denn mit einer Dualseele mehr zusammen? Hab ich ja schon alles gemacht? Und wie wichtig ist denn der Kontakt? Und wie wichtig ist die Sexualität? Und wo ist die eigene Lernaufgabe? Ich hab schon zu diesem Video über 220, ne, mein 250. Video ist es quasi heute. Also, ich hab schon so viele Videos zu diesem Thema gemacht, so viel mehr kann man da ja nun gar nicht sagen. Und es wäre ja auch wirklich nicht sinnvoll und zielführend, wenn ich mich nicht weiterentwickeln würde auf diesem Lernweg, dann hätte ich ja mein Aufgabenziel ja total verfehlt, wie in der Schule. Aufgabe verfehlt, ungenügend oder mangelhaft. Das ist ja nun nicht das, was ich als Mensch verfolge, ich möchte weiter wachsen, ankommen, mehr und mehr bei mir und das ist mein Hauptfokus. Es war immer schon mein Fokus, habe ich nur erst vor kurzem richtig erkannt, dass ich mein ganzes Leben darauf aus war, immer tiefer zu tauchen, immer mehr in der Tiefe bei mir zu erkennen, wer ich wirklich bin und damit immer mehr mein wahres Wesen zu leben und zu sein und damit auch andere Menschen mitnehmen zu können in ihr wahres Wesen, in ihr wirkliches Sein, in ihre Freiheit, in ihre Liebe, die einfach ist. Es geht um das, was du bist und nicht um das, was du glaubst, sein zu müssen, um Liebe zu erhalten, um Anerkennung zu fühlen. Eines darf ich nicht unerwähnt lassen in diesem langen Video, es geht um die Geschwindigkeit der Weiterentwicklung. Am Anfang ist es tatsächlich zäh, anstrengend und sehr, sehr langsam. Gefühlt kommst du fast keinen Meter voran auf dem Bergaufstieg in die Höhen in diesen Stufenentwicklungen. Du brauchst gefühlt ewig lang, bis die nächste Erkenntnis kommt. Allerdings ist es auch jetzt nicht mehr ganz so gefühlt lang, weil ja inzwischen ist ja viel mehr Wissen da, wie als ich anfing, auf diesem Weg zu gehen. Das heißt, inzwischen geht es auf dem Grund schon schneller, weil viel mehr Menschen Bescheid wissen und auch viel mehr Möglichkeiten bestehen und Unterstützung besteht, die ja früher, als ich anfing, mit dem ganzen Seelenpartner-Drama nicht wusste. Trotz alledem auch dann, auch jetzt heute, wo es schneller geht, ist es immer noch so, dass es eine exponentale Entwicklung nimmt, so wie das derzeitige Weltgeschehen, mit einer wird da, kriegt das, dann wird der nächste auch angesteckt und so weiter und so wird es immer größer, größer, schneller, dieses Schneeball-System, der Schneeball rollt runter und nimmt immer mehr Schnee auf und immer größer, größer, größer und rollt auch immer schneller den Berg hinunter, am Anfang langsam, immer schneller, schneller, schneller und genau so ist die Entwicklung, wenn du mal in den Fluss drin bist, dich zu entwickeln, geht es am Anfang langsam und dann geht es irgendwann exponentiell hoch und ums Rumschauen bist du plötzlich eine ganze Ecke weiter und du stehst ganz erstaunt da und sagst dir, das ging aber jetzt rasch, ja und das ist die große positive Aussicht, die ich dir heute bei diesem Video mitgeben möchte, bei all der Schwere, die ich vielleicht vermittelt habe oder ausgesprochen habe, wenn du dran bleibst, wenn du weitermachst, wirst du dieses exponentielle Wachstum mitnehmen und du wirst schnell ankommen bei dir selbst und damit auch schnell den nächsten Step erreicht haben, wie ich auch in dem Video die sieben Stufen auf dem Weg zur Dualseelenmeisterschaft, ich verlinke das Video unten im Text nochmal, wie du es dir nochmal anschauen kannst und falls du es noch nicht kennen solltest, es dir einfach mal anschaust. Also es wird leichter, schneller gehen, je länger du dran bleibst und zwar vehement, klar, bei dir bleibst und weniger im Außen bist und mehr bei dir bist, umso schneller wirst du dich weiterentwickeln und all das bestätigen mir auch alle meine Anruferinnen und Anrufer, die mit mir ein Coaching gebucht haben und hatten, dass es so ist, dass wenn sie dran geblieben sind, es schneller und schneller sich weiterentwickelt, hat und zwar eine sehr positive, angenehme und schöne Richtung, nämlich ins Ankommen bei dir selbst, bei uns selbst und das ist das, was ich in diesem Video unbedingt nochmal ganz ausdrücklich darstellen möchte, das ist das wirklich, das ist das Aufgabengebiet, komme bei dir an, raus aus allen anderen, Sachen, die nicht du bist, komme wirklich in der Liebe bei dir persönlich an. Ich wünsche dir alles Liebe, für Fragen, Unterstützung bin ich sehr gerne für dich da und sage jetzt Tschüss, bis zu einem meiner nächsten Videos. Deine Helga Bis zum nächsten Mal.